Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Einhell Tischkreissäge TCTS2025-1U. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Sägetisch für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zu diesem praktischen Heimwerkerzubehör unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, der Handwerker braucht auf jeden Fall eine ordentliche Fläche, auf der er arbeiten kann und deswegen ist die Unterlage oder auch der Tisch so unglaublich wichtig. Denn wie du sicherlich weißt, passieren beim Heimwerken auch hin und wieder mal Unfälle. Das kann passieren, wenn der Handwerker unkonzentriert ist, aber manchmal ist auch ein materieller Defekt bei einem Tisch oder einem Werkzeug der Schuld. Und das möchtest du natürlich größtenteils oder total vermeiden. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du dir eben einen Arbeitstisch kaufst, der hochwertig verarbeitet ist. Ich bin der Ansicht, dass bei diesem Angebot hier die Qualität der materiellen Verarbeitung auf jeden Fall überzeugt. Und noch viel wichtiger, ja, die Rutschfeste, ja, die Rutschfestigkeit von diesem Sägetisch kann in meinen Augen auch auf jeden Fall überzeugen. Und auch dieser Aspekt sollte von Heimwerkern auf keinen Fall vernachlässigt werden, ja. Da denken die wenigsten Leute dran, wenn sie sich so eine Unterlage erwerben, ja, ob die Rutschfest ist oder nicht. Dabei ist das ein essentieller Punkt für die Arbeitssicherheit und deswegen, ja, solltest du bei der Auswahl dieses Heimwerker-Zubehöres auf jeden Fall darauf achten. Ansonsten lässt sich sagen, dass es unglaublich viele Tische dieser Art auf dem Markt gibt und, ja, jeder Heimwerker hat so seine eigene Vorstellung, was er braucht und was er nicht braucht. Deswegen kann ich hier im Grunde genommen nur das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Arbeitstisches bewerten. Und ich bin der Ansicht, dass das auf jeden Fall ein faires Angebot ist, aber gar keine Frage, das soll jeder für sich selber bestimmen. Das ist hier nur meine Meinung, das ist hier wirklich nur meine Einschätzung. Und wie bereits gesagt, es gibt unglaublich viele dieser Tische auf dem Markt. Achte auf jeden Fall darauf, dass sie rutschsicher sind, ja. Für die Sicherheit bei der Arbeit ist das ein essentieller Punkt. Und ansonsten, wie bereits gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich fair, aber auch das soll jeder selber für sich beurteilen. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass ich dir mit diesem Ratgeber zu diesem Arbeitstisch weiterhelfen konnte. Das Amazon-Angebot dazu werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen und außerdem wartet auch die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.